Was ist das denn? Oh Gott, wie seh ich denn aus? Das wollen die alle von mir Geht weg! Leute, herzlich willkommen zu einer Bühne von Google Let's Play und Steve Fox Am sterben, Roblox, ähm, Don't push the button Or push the button, heißt das, ne? Ja. Wow. Haha. Ich bin gestorben. Ich hab gewonnen. Ich bin gestorben, ja. Ja, und soll ich hier stehen bleiben? Oh, 50 Münzen gewonnen, weil ich gewonnen habe. Cool. Wow. Oh, kämpfen! Kämpfen mit Schwerter. Wir müssen uns gegenseitig abprallen. Ach, guck mal, die ist ja noch da. Was denn? Die ist ja noch da. Der geht nicht einfach rum, her, rum. Aua, das war ich. Oh, sorry. Ich bin jetzt in der Lauf. So, wo ist der Letzte? Der steht da nur rum, oder was? Der wartet ja nur nach oben, ist der langweilig. Oh, der hat ja nur gewartet. Ist das für ein Noob, ey. Ah, okay. Oh, was teilt mit den Münzen? Kann ich da shoppen? Hä? Nein. Lol. Von Wobbly Live? Ja, aus wie Wobbly Live, stimmt. Der Noob da. Guck mal, der Noob hier. Ein Schwamm. Ich schreib mal Lol. Was müssen wir jetzt machen? Hallo? Oh. Was dabei? Lol. Lol. Party. Cool Sommer. Ich hab Lol geschrieben. Bei den Alien. Sehr gut. Ich sag mal die Münzen ein. Guck mal, ich hab sogar das perfekte Outfit dafür. Stimmt. Was kann ich mir denn von kaufen von den Münzen? Ähm. Ich glaub, das... Kannst du so einen Noob kaufen. Ein Noob? Der kostet 250 Münzen. 250? Ja, 250. Äh? Kochball! Äh? Kann man jetzt alles essen? Lol, man kann alles essen. Was ist das hier? Ist ja voll der Kochtopf. Der macht nur Burger und Brüse und Chicken. Oh Gott. Ich glaub, wenn man was isst... Guck mal, ein Alien! Das verrückt. Ja, das kann man nicht kaufen, glaub ich. Ich schau mal, wie viel das kostet. 500 oder so. Ich glaub, das kostet 1000. Lol. Das kostet 1000, ja. 1000 Münzen. Crazy. Pizza. Snack Break. Äh? Ich hab's essen! Ich trinke mal eine Coca-Cola. Okay, fertig. Ich hab's machen. Party! Oh Gott, ey! Ja! Ich hab sogar einen Tannen. Party, Leute, Party, was geht hier? Ich hab einen Party-Tannen. Yeah, 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 party! Ich hab sogar den... Ich hab den perfekten Tannen. Was für auch so einen Noob kaufen? Hm. Oh, ist jetzt... Ähm, drück mal den Knopf. Was passiert jetzt? Oh, Coins! Coins! Ah! Ah! Wir geben uns Geld! Geld! Money! 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 Kann ich mir heute den Noob kaufen? Was? Run away from the Giant! Oh, du musst wegrennen! Du einkriegst die Falle ab! Oh mein Gott! Das ist ja heftig, oder? Ja, ist lustig. Noobies! Mach mal mein Stimmel. Wow! Wow! Oh! Papa! Mario! Guck mal! Ah, ja. Mario-Style. Los! Verwählen! Noob! Ah, ich bin getötet! Ich lebe noch. Ich bin noch oben. Yeah! 25 Münzen hab ich bekommen. Wow! Wow, Ben! What? Pass auf! Okay. Easy. Jetzt bin ich an deinem Haar gestorben. Aber ich spreche mal den Knopf. Äh, es kommt ein Sturm. Äh, wo? Alter! Meteoriden! Meteoriden! Aua, aufpassen! Aua! Ich bin gestorben! Ist das wie bei Samus hier? Ja. Oh, ich auch. Alter, sind die schnell unten. Crazy! Habt ihr, willst du mal meinen neuen Tanz sehen? Meine drei neue Tänse? Dann, zeig mal. Ich hab ein... Papi zeigt dir den ersten, okay? Papi zeigt dir den ersten. Oh, den Küssen gegeben! Guck! Was? Oh! Okay, wir gehen dann runter. Oder? Ja! Hat uns ein Küsschen gegeben. Uh! Papa! Ich bin grün! Grün? Nein! Grün! Ja, ich bin muskelmäßig! Geh mal rein! Ich will auch so grün sein. Ich will auch grün! Ah, ich bin grüner Kuckuckuck! Guck mal! Wie ich aussehe! Ah! Wir sind hoch! Loll! Oh, München! Oh, München! Papa, wir sind auch alt! Oh! Ich bin ehrlich, Digga! Oh! Ich würde 200, ich würde mir so einen Noob kaufen! Ich kaufe auch einen Noob! Mäh! Kauf dir den! Kauf ihn jetzt, verdammt! Ich brauche ein bisschen Kohle! Auch noch ein bisschen Kohle! Wie lustig, dass wir so grün! Party! Oh! Party! Guck mal, ich bin so grün! Ich bin auch grün! Ich bin... Sie sind Holz! Ja! Holz! Alle doof! Party, Leute! Party, ha! Das geht nie! Papa, komm mal mit! Papa, komm mal mit! Guck mal! Guck mal! Hier ist Mario! Ja, stimmt! Oh! Wieder Weltall! Äh... Ja! Münzen sammeln! Gut, dass wir Münzen sammeln können! Oh ja! Boin! Brauch auch noch ein paar! Das ist cool gemacht, ey! Ja, wenn du cool gemacht drücken, ich den Button! Ja! Ah! Ich bin gestorben! Nice! Bin ich jetzt wieder grün? Oder... Ja, ich bin nicht grün! Wow! Ist noch grün? Nee, ich bin hell! Helfer! Wow! Wee! Oh! Okay! Push gemacht! Ellen! Was musst du machen? Was ist mit einem Elfchen dreitreten? Was macht das? Überhaupt! Ach, he! Er ist aufgesaugt worden! Was? Was ist mit einem Wuppi live, wa? Das alte Ufo! Guck mal! Guck mal, dass du jetzt so versinkt! Äh, wir müssen schnell nach oben! Ah! Hilfe! Wir müssen nach oben! Hilfe! Die sind nicht getroffen, Herr! Ah! Pass auf! Ah! 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 Ich bin nicht gestorben! Ah! Ich wurde einmal getroffen! Hä? Rass mich doch, du blöde Kugel! Ah! Äh! Hab's geschafft! Ah, wow! Wuhuuu! Ruby! Yeah! Guck mal, was ist los hier? Hier unten gibt's Münzen! Münzen erst mal sammeln! Ich fände fest! Du wirst in den Käfig! Ah! Nein, ich fände nicht da! Ich kann dir gar nicht helfen! Lol! Ich bin grad gestorben! The hotdog cart has arrived! Okay! Ah! Hotdog! Hotdog! Ja! Hotdog! Hotdog! Oh, kostet einen Dollar ein Hotdog! Ah! Okay, das war ja easy! Push will warten! Uuuuuh! Snackbreak! Pizza! 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 Stimmt, essen bekommen! Pizza! Wow! Bomben! Hilfe! Ja, grü... Uuuuh! Ey, Alter, ist das schwer! Als Bomben! Okay! Ein Leben! Run away from the zombies! Ah! Wie in Minecraft! Ja? Minecraft gibt's auch? Ja, das wollen die alle von mir! Geht weg! Geschafft! Schmink dir hoch! Ja! Hahaha! 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 Die alle drei Zombies! Hahaha! Oder gesagt, wir wollen grad von dir gefressen! Geschafft! Und... Schade, ich wollte den einen Typen... Äh... Wo kam euch das aus? Alter! Der schießt Steine auf uns! Hilfe! Ah, sieht voll gut aus! Papi, hier kann man einfach sicher bleiben! Guck hier! Ja, toll! Hier kann man einfach sicher bleiben! Du stehst auf dem Volkane und bist sicher? Ja! Loll! Ja, klar! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Loll! Ich lebe immer noch! Alter, die ganze Map ist voll! Ey, da oben ist echt clever zu stehen, ne? Was? Du bist da am Leben noch, ne? Ja! Alter, gut! Nice! Ja? Gut gemacht! Wow! Aufpassen, Bolli-Kugel! Hallo! Okay, ich bin dran! Ich hab... Du hast die gekriegt! Hä? Äh, irgendeinmal wird explodieren! Leuch! Ich! Ah! Ich... Wir drehen uns! Yeah! Drehen uns! Warum drehen wir uns? Ist das lustig! Guck mal! Geil! Okay! Dieser Looper! Wow! 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 Aua! Aua! Das ist ja voll crazy! Ich lebe noch! Ich bin Pro! Ich bin Pro! Ich bin Pro! 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 Wow! Pro! Gut, oder? Gut, oder? Ja! Ich guck dir grad von oben zu! Nice! Alle sind grad gestorben, Papa! Ey, das war zu Ende! Ich hab doch gestorben! Yeah! Alter! Das kann ich mir nur kaufen! Ich kauf mir einen! Ich hab' einen Noob! Hallo, Noob! Mal hier in dieser Tür! Ach still, du bist jetzt den Schatz füllen, oder? Ja! Guck mal, der zählt irgendeine Zeit runter! Was passiert denn dann? Ähm, dann geht das... Irgendwas! Lass uns mal hier vorne nachsehen! Hier waren wir schon mal! Ich guck mal, wo hier was ist! Ich hab' keine Ahnung! Hm? Ach, der schenkt mir Münzen! Ah, okay! Ich hab' keine Münzen bekommen! Hier ist doch eine Sackgasse! Hier waren wir schon! Wo ist denn dieser Schatz? Ist der mal woanders? Stimmt, oder? Ja! Wir sind grad den selben Weg wie eben gelaufen, Papi! Ja, stimmt! Nach ganz vorne gehen! Oh, wer hat den Schatz gefunden? Weiß ich nicht! Keiner bestimmt! Ich bin hier rot, Papa! Wir müssen die Kugeln einsammeln! Ich bin blau! Ich bin rot! Gegenklapp das! Wir müssen die Kugeln zu uns holen! Ja, ne? Wir müssen die in unserem Platz schieben! Linkplane-Musik! Hörst du die? Ja! Linkplane! Gott, Linkplane! Ach, der Noob, der gibt dir mal Münzen, ne? Ja! Ey! Wir brauchen die Kugeln! Drei... Pünft! Papa, wir haben mehr als ihr! Wir haben viel mehr als du, Papa! Wir haben fünf! Ich... Ich save dir Kugeln hier! Nein! Wir haben vier! Wir haben gewonnen! Yeah! Ach cool, der Noob, der gibt mir mal Münzen mit der Zeit! Cool! Wie viele Münzen hast denn du? Ich hab 22, 102! Ne, 220! Oh, wir können ihn schießen! Wir können uns abschießen! Ich hab gewonnen! Ich hab alle... Ich bin so gut! Ich hab alle geäimt! Cool, oder? Papa ist gut! Baby! Ich bin ein Baby! Ich bin noch ein Baby! Hallo, Baby! Hallo! Ich bin Baby-Kucku! Hallo! Höh? Höh? Und wer hat dann gewonnen? Oh Gott! Papa, ich ess grad Apfel-Möhre! Ich ess grad Burger hin, hinschicken, Burritos und Burger und Gabette und Burger und Burger! Und Burger und Burger! Und Burger und Burger! Aua! Ich wurde weggekickt aus die Map! Wurde aus die Map gekickt! Papa, ich wurde aus die Map gekickt! Hä? Warum? Weiß ich nicht! Ich bin euer Vater! Mit hier auch kommt! Aua! Wir sind einfach gestoppt! Der war ja super groß! Uuuuuh! Diese Metro-Eden! Schau mir die Münzen ein! Einer hat mir die... Jeder schnappt mir die... Hier los, Münzenring! Lauf! Alter! Münzen, Münzen, Münzen! Lauf, 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 lauf! Münzen, Münzen! Alter! Das ist ja richtig viel! Voll viel Money, oder? Alter, geil! Voll nice! Hab so viel! Dann kauf dir den Noob! Ich hab ihn! Sehr gut! Willkommen, Noob! Yay! Oh! End of the Care is a fight with treasure! Komm, wir müssen die geheime Truhe finden! Okay, ist halt schon grüßig! Mario-Musik! Mario! Oh! Aus Mario! Ach nein, ist das eine Obby! Aber wir können auch mal! Das ist aus Mario die Musik! Hellig! Nein, ich bin auch gestorben! Du kannst noch mal! Oh, nice! Oh, ich darf nicht mal springen! Weil oben sind auch Stacheln! Also darf man, wo diese Stacheln sind, unten nicht springen? Nee, muss da nur durchlaufen! Ich hab' es geschafft! Papa! Mann, ich bin fach! Konzentrieren! Ich hab' die Truhe! Okay! Gut! 50 Münzen, Bro! Ich hab' noch den Noob! Drück den Knopf hier! Los! Oh! Äh... Irgendein Geist ist hier! Da ist der Geist! Ah! Der Geist da! Oh, ist der krass! Guck mal, wie der aussieht! Ja! Das ist ja mega nice, der Mod, Alter! Voll cool, Leute! Ja, wirklich! Oh, ich bin gestorben! Nice! Crazy! Alter, ich bin hier oben! Papa, du mal ganz weit raus! Dann kann man nichts mehr sehen! Ja, ich muss mich konzentrieren! Ich bin noch drin! Was mach'n, du? Was geht ab, du? Du, ich glaub' diesen... diesen Typ, den kann man ja anquatschen! Ja! Ach, da kann man für Robux kann was kaufen! Oh! Was ist das denn? Oh Gott, wie seh' ich denn aus? Geist dringend aus! Iiiih! Ich war halt voll dick! Wow! Geh weg! Er ist bei mir! Geh weg, Riesen-Noop! Ey, der ist hinter mir her! Der will mich! Der will mich! Geh weg! Geh weg! Warum ist der hinter mir? Hau ab! Nein! Haha! Der will mich! Der will mich! Der will mich! Ja, geht's den anderen, ja? Mach die platt! Ich hab' auch'n Mut! Ah, wieder Wasser! Au! Yay! Leute, das war Push the Button mit einer mega geilen Version! Ich fei' die gerade richtig voll! Da hast du auf jeden Fall noch mal eine Runde! Wie ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Vergesst nicht ein Abo dazu lassen und ein Like für weitere Videos von Roblox und von mir und natürlich Steve Fox! Und ich glaube, bis zum nächsten Mal, oder? Peace! Bis zum nächsten Mal, 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020